So, der Marc vom Piercing Studio Wien und der Alex ist immer noch da. Und schon in Nahaufnahme, das ist Teil 2. Mittlerweile war die Rettung, der hat ihm Infusion gegeben. Und jetzt geht es Ihnen gut? Ja, das sehe ich. Nein, also alles gut. Wir haben nur eine kurze Pause gemacht. Den war ich, glaube ich, nicht mal zwei Minuten seither. Ich muss nur kurz nochmal natürlich die Kamera noch aufstellen und habe jetzt nochmal sterile Handschuhe aufgedeckt. Das ist ein bisschen immer gerade nochmal die Hände frisch. Und dann machen wir die zweiten Vertical Industrials, die jetzt im Inner Conch sind. Und wie ich dir schon erklärt habe, ist es so, ich kann dir nicht genau versprechen vom Winkel her, wie sie sitzen, dass wir sie wirklich parallel haben. Ich gebe natürlich mein Bestes und schaue mir einfach an, dass es gut gestochen wird. Wir werden es von der Geschwindigkeit wieder gleich schnell stechen wie gerade eben. Also in Anführungszeichen eher langsamer. Normal steche ich es sehr schnell. Aber sowas muss ich ein bisschen mit Gefühl und auch deinem Körper Zeit geben mit Stagenwasser wieder. Also von der Anatomie, wie das Piercing am besten ist. So was war das? Ah, mein Laser, den brauchen wir nicht mehr. Der frutscht oder aus? Na, geht noch. Wunderbar. Der muss sich desinfizieren. So. Gut ist. Wir sehen uns dann in so guten sechs Wochen wieder. Alex, zum Follow-Up. Da würde ich dann sagen, machen wir nochmal einen Termin dann aus. Dann schauen wir, wie die alle verheilt sind. Und dann, wenn wir überall noch die Stäbe ein bisschen kürzen, anpassen. Und die Pflege für die ganzen Business erkläre ich dann gleich nochmal, wenn wir das jetzt mal gestochen haben. Ja. Der Termin ist wieder online zum Ausmachen, oder? Du kannst ihn, wenn du möchtest, auch gleich bei meinen Mädels ausmachen. Also das durchstellt es mich nicht. Okay. Was die Liebe ist. Ich bereite mir auch schon mal die Stäbe vor, die Kugeln drauf. Dann haben wir alles wertvolle Zeit, die wir jetzt haben. Und dann schnappenstechen wollen wir alles möglichst schnell fertig haben. Für dich, dass dann fertig wird das Ganze. Jetzt muss ich mir wirklich selber überlegen, wie ich es lieber stechen will, wo ich die Vorgabe lieber habe. Also, ob ich lieber will, dass mir das oben des Ohres vorgibt oder unten. Ich weiß, es ist lieb gemeint, oft von den Leuten, aber... Geht's eh? Ja, super. Es ist gar nicht so leicht, da so hinzukommen. Geht's eh? Ja. Okay, ja. Super. Super. So. Ich bitte wieder schauen, wie ihr das ein bisschen haben will. Da kommst du mir nicht raus. Da möchte ich ein bisschen vorne bleiben. So. Okay, sehr gut. Sehr schön. So, darf ich kurz bitte deinen Kopf rüber drehen? Okay, passt. Dann lass mal einsetzen. Geht's alles okay kreislaufmäßig? Ja, klicken, 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 klicken. Super, auch das habe ich lang genug geplant schon. Es war allerdings leichter auszumessen. Das erste, was wir gemacht haben, war vom Ausmessen wesentlich schwerer, weil beim ersten, du kannst so hinter die Ohren, bei der Innenohrmuschel kann man das recht gut messen. Da haben wir hinten die Rundungen, die man sieht, bei dem anderen, was wir vorher auf der anderen Seite gemacht haben, tust du dir ganz schwer von oben nach unten so messen, da kommst du mit der Schieblähre gar nicht so hin. Achso, okay. Das heißt, das ist natürlich, ich weiß nicht grob, die Größen, aber deswegen habe ich dann nochmal die Pause gemacht und dann wirklich geschaut, was wir brauchen, da war mir es eigentlich schon klar, dass es passt. Sehr schön soweit. Gut. Dann, wenn dein Kreislauf nicht Pause schreit, das sieht nicht so aus, gell? Okay. Ja. Ja. Hallo? So. Geht's? Jo. Okay. Perfekt. Geht's bei dir noch? Jo. So. Geht's bei dir noch? langsamer sein, weil ich jetzt wirklich hier schauen muss, dass wir den Winkel gleich kriegen, perfekt, super, das ist gigantisch, das ist jetzt schon geil geworden, Hammer, das sehe ich schon mit der Kanüle drin, also das ist, echt, da müsste man eigentlich das Doppelte für verrechnen, du, ja wirklich, das ist, wäre so lieb, echt, so günstig, aber wenn ich ehrlich bin für das, was wir leisten, das kann ich mir gut zustimmen, das sieht aus wie ein Gefängnis, genauer Abstand, also wirklich, wirklich wie zwei Zellen, also super, perfekt, freut mich auch immer, wenn das dann auch klappt, weil das wirklich, das auf dem Papier aufmalen, in der Theorie sich das vorzustellen oder im Photoshop zu machen, alles okay, aber das ist quasi dann auch am Ohr umsetzt, wo der Kunde sich bewegt, das Ohr vielleicht ein bisschen dann doch sich sperrt, weil man halt vom Winkel vielleicht, gerade beim Oberen, wo ich rausgestanden habe, habe ich gesagt, na so nett, weil da wäre der obere Stich mir fast zu weit zum Kopf gekommen, das habe ich dann noch ein bisschen korrigieren müssen, das sind so Sachen, die kannst du halt vorher nicht planen und da kommt es dann auf Technik und Umsetzung und das war umso schöner, wenn es dann wirklich einfach so ist, wie du denkst, so soll es werden, ja, also ich finde es geil, das siehst du wahrscheinlich, wenn du in die Kamera hast, nicht viel, dahinter weiß ich, ja, ich gebe dir mal das Spiel in die Hand, das ist immer nicht so gemein, ja, schaut cool aus, ja, oder? Ja, lässig, also ich finde es sehr geil, so, sehr cool, jetzt haben wir Zeit noch mal kurz, da können wir die Kamera wieder so nach unten her, gehen wir mal kurz nach hinten hin, dann sieht man mal von hinten das Ganze, auch wie, wie schön eng die jetzt liegen, keine Angst, wir sind desinfiziert gewesen, wie schön es eng liegt und auch hier unten unter dem Läppchen, wie schön die quasi nebeneinander liegen und eben von hinten ohne Spannung drauf und von vorne eben diesen Look, dass man es wirklich, zöger, es ist wirklich wie Zellenabstand im Hefe, also richtig cool, ja, dann gehen wir noch mal rüber kurz, von vorher haben wir hier die zwei gehabt, also hier das Vertical Industrial und das Vertical Tragus und eben bixert hier komplett eine andere Nummer, weil hier haben wir es wirklich einmal so, dass man es auch hinten wieder rauskommen sieht und oben mit dem Conch rein und bei den anderen beiden nur im Innenbereich, sehr cool, also Alex, erstmal Hut ab, ja, dass du so tapfer warst, ja, hat echt Spaß gemacht mit dir, jetzt ist immer wichtig bei solchen Videos auch das Resümee ziehen, also ich fahr mal die Kamera ein bisschen hoch, wie war es denn so? Ja, und nicht so schlimm wie die Tochtertest, also wir haben heute draußen, ich glaube mittlerweile, was haben wir, mal 35 Grad oder sowas, das ist wirklich brutal heiß, ja, Klimaanlagen laufen natürlich bei uns, ist zwar angenehm, aber trotzdem merkst du schon, das ist einfach das Drücken und wenn du als Kunde von draußen her läufst und alles, das ist natürlich in der U-Bahn, alles anstrengend für den Kreislauf, also aber gar nichts, super bei dir, einfach frei, also alles gut. So, jetzt gehen wir mal die Pflege an und durch, also alles vertikal gestochene pflegt man natürlich gleich, wir werden jetzt Prondolin Spray und hier nochmal besprechen, das nimmst du eh, wie das in den Videos oft gehört hast, erster Schritt soll natürlich immer sein, du wäschst die Hände und desinfizierst deine Hände, wenn die Hände gewaschen und desinfiziert sind, sprühen wir uns bitte Prondolin Spray beim Industrial außen und innen drauf, also quasi an alle 4 Stellen, das ist oben, unten, wieder oben, unten und bei den drüberen auch, ja, weil wir ja immer quasi äußere und innere Stelle haben, eine die du siehst, eine die du nicht siehst. Beim vertikal Trago ist es einfach, den sprühen wir einfach vorne und hinten ein, das ist ein Stück Wasser, aber nicht. Wenn wir es eingesprüht haben, lassen wir es 30 Sekunden einwirken, die 30 Sekunden brauchen wir, um antibakteriell und antimikotisch zu wirken, wenn es eingesprüht ist und eingewirkt ist, nehmen wir dann eine Küchenrolle, die Küchenrolle sprühst du ein bisschen an und tu die ein bisschen zusammenfalten oder zusammentudeln, dass du so eine bisschen eine Spitze hast, irgendeine bisschen spitze Stelle basteln, dass du halt einfach so mit einer spitzenflachen Stelle ein bisschen putzen kannst, gerade hier unten drin und auch auf der Rückseite. Hast du eine Freundin in irgendjemandem Haus, der das nicht, nicht? Schade. Mit dem Spray oder mit dem Geld? Werdet euch vom Alex, also jemand der, ja. Mit dem Spray oder mit dem Geld? Du sprühst die Küchenrolle mit dem Spray ein, die dient einfach dazu, die hat einen guten Grip, da kann man schönes Piercing putzen vorne und hinten, deswegen nehmen wir das zum Reinigen. Wattestabel fusseln immer ein bisschen. Und zum Schluss nehmen wir dann das Brondelin-Gel, Tropfen auf den Finger, einschmieren vorne, hinten und die Stäbe sanft bewegen. Also im Endeffekt ist es sprühen, einwirken lassen, mit der Küchenrolle reinigen und dann das Gel drauf tun und sanft bewegen. Der ist von der Länge, ich habe die jetzt alle, sage ich mal, ein bisschen länger gelassen, nicht viel zu lang, weil viel zu lang ist immer eine Katastrophe, da bleiben die Leute hängen. Wenn du bei irgendeinem mehr anschwellen solltest, was immer mal sein kann, dann sagst du nur Bescheid, dann machen wir vorübergehend einen längeren Stab rein. Aber normalerweise liege ich mit meiner, bin eher sehr konservativ, was die Stablänge angeht, also ich nehme lieber immer alles länger als zu kurz. Aber wenn es wirklich mal anschwillt, kann mal sein, dann tauschen wir halt auch in der Heilungsphase mal kurz den Stab von der Länge aus. Ansonsten sehen wir uns in sechs bis acht Wochen zum Wechseln und Kontrollieren. Wie gesagt, mit dem Hagerrasieren schnell und zackig, also Rasier, wenn es möglichst noch nicht viel schmitzt, weil dann bleiben sie nicht so kleben und dann wirklich sofort in den Duschen und den richtig gut runterspüren. Beim Duschen kannst du eh den Duschstrahl von Anfang an, also die nächsten Tage, wenn es nicht mehr weh, tut, ruhig vorne hinten drauf prasseln lassen, weil der löst natürlich auch sehr schön wunzig, rät ab und hilft dir beim Putzen extrem. Also kann man ruhig ein bisschen damit machen. Schlafen drauf, du musst schauen. Sonst kann es sein, Alex, du sagst, ich kann gar nicht schlafen, stellst ihm stehen wie ein Pferd. Oder du legst dich einfach nur in den Rücken oder im Bauch. Nein, also normalerweise schätze ich mal, mit denen wirst du recht gut schlafen können, weil die sind innen. Bei denen beim Äußeren kann es sein, dass wir einen Druckschmerzen haben. Das muss ich mir mal anschauen. Okay? Fragen? Mit dem Hortwaschen musst du ja hinten aufpassen. Also heute habe ich gesagt, du wär mir recht, du würdest, wenn du die Haare wäscht oder einfach nur duschen gehst, so ein Körper, wenn du die Haare nass machen willst, bitte nur mit Wasser. Okay. Bitte heute keinen Schampel, das würde ich heute nass sind. Alles gut. Und sonst am Morgen hat es normal schwimmen gehen, haben wir gesagt, lieber jetzt aus Sicherheitsgründen, weil es doch vier Piercings sind. Das ist da nichts, es ist einfach jetzt nicht in die Drohnau, sondern nur mehr, was da sind. Sonst die Kugeln sehen und müssen sie wieder weglassen. Ja, und sonst fällt man hier nichts mehr rein. Und das Freie und Geld kriege ich bei euch. Das ist bei uns. Genau, das ist es. Gut. Dann danke ich dir fürs Kommen. War es jetzt alles nach allem okay? Ja. Ich finde es so gut. Würdest du es nochmal machen? Auf jeden Fall. Gut. Dann danke dir immer fürs Kommen. Danke, dass ihr das filmen lassen. Ich sage danke. Danke. Euch danke fürs Zuschauen und jetzt sagen, tschau. Baba macht es gut. Tschüss. Tschau.